So Leute, hier ist der Domme nochmal und der Blacky hat mich gefragt, ob ich ein Deck-Tech machen könnte zu dem Curses, was ihr gestern im Gameplay gesehen habt gegen Burn. Würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Ich sag zum Schluss nochmal was ganz ganz speziell zu dem Deck. Generell, Mana-Basis ist relativ Stompy ähnlich. Also ähnlich wie bei Mono Red Prison. Ich spiel 4 Swamps und 4 Snowcover Swamps. Ha! Schönen Split. Split halt einfach nur für Predict, was ab und zu mal bei uns rumläuft und einfach ein bisschen, auch weil es schöner aussieht. Ja, auch weil es schöner aussieht. Wie gesagt, einfach 8 Basics reingeballert sollten nach Möglichkeit Swamps sein, da wir nur Mono Schwarz spielen. Dann spielen wir noch den besten Swamp und zwar Urborg. Und das ganze Ding zweimal. Urborg ist halt einfach ein Legendary Land, Non-Basic Land wohlmerklich. Was jeden sagt, jeder das Land ist zusätzlich ein Swamp. Da aktuell nicht so viel Zombies rumlaufen, kann einen dort eigentlich auch nur den Arsch beißen mit Swamp Walk. Kann aber durchaus mal passieren. Zum Glück gibt es das Ding noch nicht in blau. Mit alles ist eine Insel. Dann wird es nämlich eklig. Kommen wir zu einem Land, was sehr sehr schön damit synergiert. Das ist das Ancient Tomb. Und wie man das aus Stompy Listen so kennt, spielen wir das auch viermal. Ancient Tomb halt einfach das eine Solent, was für zwei Colorless tappt und dir dabei zwei Schaden schießt. Der wunderbare Nebeneffekt dabei ist halt, wenn wir ein Urbaufliegen haben, können wir das Ding auch für ein schwarzes Tappen, weil es ist gleichzeitig ein Sumpf. Dann sparen wir uns die schönen zwei Leben. Und als Parallelteil dann dazu noch die City of Traitors, die halt geopfert wird, wenn ein anderes Land ins Spiel kommt. Und die spielen wir dann auch noch zweimal. Macht auch Tappen für zwei Mana. Gut, was das Mana angeht, wäre es das jetzt bei den Ländern soweit. Aber man kennt ja Stompy Decks. Die spielen ja auch Mana, ohne dass es Länder sind. Da fangen wir jetzt mal an mit viermal dem schönen Chromox. Halt auch klassisch in der Stompy Liste. Null Mana Artefakt mit Imprint. Wenn du ins Spielfeld kommst, musst du nicht Artefakt nicht Landkarte von der Hand exilen. Und bekommst ein Mana, das die Imprintete Karte hat. Hier noch interessant zu wissen, wir haben Lattice im Sideboard und wenn man Lattice auf dem Board hat, ist die Imprintete Karte im Exile colorless. Dann macht die auch kein Mana. Passiert sehr selten, dass das einen in den Arsch beißt, kann aber einen in den Arsch beißen. Einfach nur good to know. So, zusätzlich dazu spielen wir, weil wir schwarz spielen, keine Affen, sondern schwarze Rituale. Weil wir haben noch keine Affen. Und selbst dann würde ich, glaube ich, schwarze Rituale spielen. Schwarzes Ritual hier viermal. Einfach wirklich aus einem schwarzen Mana macht man drei schwarze Mana als Interrupt. Entweder als schönes Target, um den in den Chromox reinzuprinten oder halt um nur mit einem Swamp die Möglichkeit zu haben, Turn 1 irgendein Prison Piece zu legen oder Turn 1 für andere Spells zu rampen. Kommen wir jetzt mal aus einem Hybriden aus Spell und Land. Und das ist Haga Mauling. Haben wir ganze dreimal hier drin. Und der ist auf der einen Seite drei Mana Spell mit Destroy Target Creature, eine Instant. Der kostet ein farbloses weniger, wenn der Gegner keine Basic Lengths kontrolliert. Und auf der anderen Seite, deswegen als Hybrid, ist halt ein MDFC, der getappt ins Spiel kommt und ein schwarzes Mana machen kann. Das heißt, wenn man den auf der Hand hat, kann man den auch ruhig mal Turn 1 einfach legen. Und je nachdem gegen wen man spielt, eine Chalice auf Null legen. Und da war der Zug nicht ganz so verbrannt. Gut. Dann haben wir noch weitere Removal. Vier Stück an der Zahl. Und zwar diesmal Sudden Edict. Jetzt sind wir hier unten schon einmal schön rund. Da sind wir schon fast bei den Spells. Da sind wir auch die einzigsten Spells. Sudden Edict ist ja ein relativ neuer Spell. Mit schwarzem farbloses Instant Split Second. Ein Opfenspieler öffert eine Kreatur. Ist halt einfach nur als Singleton Removal hier drin. Als reaktives Removal oder halt auch als Removal auf das nicht reagiert werden kann. Was den Spell auch schon ganz gut macht. Und die drei, also die beiden sind halt auch sehr, sehr schöne Targets, um die einfach mal in Chromox reinzuschmeißen, wenn man die Early auf der Hand hat und weiß, so dringend brauche ich die nicht. Können auch mal shiften. Also, dass man drei Hagar spielt und vier Hagar spielt und zwei Sudden Edict. Oder drei Sudden... Dass man vier Hagar spielt und drei Sudden Edict. Oder wie hier in der Liste jetzt vier Sudden Edict und drei Hagar. Das kommt immer drauf an. Kommen wir als nächstes zu den schönen Prison Pieces. Ja, bei den Prison Pieces, ich glaube, da muss ich nicht viel erzählen. Einmal, oh Wunder, viermal die Chalice of the Void. Nicht die Chalice of Null. Ja, ist ein Double X in den Kosten. Kommt ins Spielfeld mit X Charge-Countern. Und wie immer, wenn ein Spieler einen Spell castet, der die Mana-Value gleich der Charge-Counter da drauf hat, wird der Spell gecountert. Funktioniert halt auch nur so lange, wie der Spell nicht uncounterbar ist. Die Marken müssen stimmen, jada, jada, jada. Kennt man. Prison Piece Nummer eins. Prison Piece Nummer zwei. Auch ein Klassiker. Die Tridiosphäre. Könnt man ein Outboarder-Reprint vertragen. Aber ansonsten macht ihr halt für drei Mana. Alles kostet drei Mana. Punkt. Ihr wollt was für zwei casten? Nee, kostet drei. Solange die ungetappt ist. Das ist wichtig hier drin. Weil die kann auch mal angreifen. Aber das kommt später. Die haben wir halt dreimal hier drin. Die könnte man theoretisch auch viermal spielen, je nachdem wie man die Liste aufzieht. Aber dreimal finde ich die eigentlich schon ganz gut. Und dann als eigentlich noch Prison Piece im Board habe ich noch eine Ensnail Bridge hier drin. Die zweimal. Die sehen wir gleich noch einmal im Sideboard. Findige Prison-Spieler können sich auch schon denken wieso. Und ja, die habe ich halt hier drin, weil ich eine sehr kontrolllastige Variante spiele. Es gibt noch aggressivere Varianten. Die spielen dann den Opposition Agent hier drin. Die spielen dann die Bridge nicht. Weil die wollen ja zum Zweifelsfall auch noch angreifen. Ich finde den aber auch schon sehr gut hier drin. Das waren jetzt die Prison Pieces. Den kann man mal gerade abräumen. Dann können wir auch direkt rüber gehen. Zu dem, was dem Deck den Namen gibt. Nämlich den Curses. Ähm, da gibt es eine Menge zu zu sagen. Dann spielen wir jetzt erstmal viermal den Curse of Misfortune. Das ist eigentlich der wichtigste Curse in dem Deck. Denn der macht für fünf Mana ein Chant Player. Also wenn der in ein Spiel kommt, verzaubert man einen Zauber damit. Und zu Beginn meines Abgiebs. Wenn ich jetzt meinen Gegner zum Beispiel verzauber. Also ich würde mich selber glaube ich sehr sehr selten verzaubern. Aber wenn man den Gegner dann verzaubert hat. Zu Beginn meines Abgiebs. Kann man die Library, also die Bibliothek nach einem Curse durchsuchen. Der noch nicht an dem Spieler angelegt ist. Bringt den in das Spiel. Angelegt an den Spieler. Und dann shuffelt mal die Library. Ist halt viermal hier drin. Damit man sich halt einfach mal den, was weiß ich, Turn 2, Turn 3. Ab und zu mal auch Turn 1 raushauen kann. Und dann halt anfängt den Gegner mit Curses zu bearbeiten. Was halt auch die Strategie von dem Deck ist. Deswegen unter anderem auch die schwarzen Rituale ganz am Anfang. Weil im Soulland ein Crowmox war zum Imprinten. Im schwarzen Ritual und im Curse of Misfortune ist Turn 1 der Drops manchmal schon gelutscht. Wenn der Gegner keine Countermagic spielt. Und wieso der Drops dann schon gelutscht ist. Das zeigen uns dann die anderen Curses die wir drin haben. Da haben wir zum einen den einzigsten weißen Curse, den wir spielen. Overwhelming Splendor. Das ist ein weißer Curse. Kostet 8 Mana. Den werden wir, ich lehne mich mal aus dem Fenster, nie casten. Ist halt auch Enchant Player. Und der schaltet Kreaturen ab und macht die 2 1 1 an. Das ist quasi ein Humility. Das heißt zum einen verlieren die Kreaturen von dem verzauberten Spieler alle Fähigkeiten und werden 1 1er. Aber zusätzlich kann der verzauberte Spieler nichts mehr aktivieren, was nicht Mana Abilities oder Lollity Abilities sind von Planeswalkern. Das heißt ihr könnt dann im Endeffekt nur noch Länder tappen für Mana und die Lollity Abilities von den Planeswalkern benutzen. Mehr geht nicht mehr. So, der ist ja schon mal ein relativ guter Lock. Du hast nur noch 1 1er um die dich kümmern muss. Der Rest macht höchstens Mana und Plus Fähigkeiten. Das ist ein bisschen eklig. Um die ganzen 1 1er kümmert sich dann ein anderer Curse. Der Curse of Death's Hold. Da ist ein 5 Mana Curse. Den können wir dann theoretisch sogar casten. Auch wieder Enchant Target Player. Beziehungsweise Enchant Player. Und die Kreaturen die der Spieler kontrolliert bekommen Minus 1 Minus 1. Bedeutet halt wenn wir den auf dem Feld haben mit dem hier zusammen räumen wir das komplette Feld weg. Manchmal reicht auch schon eher hier alleine. Gerade gegen Goblins oder so kann das schon mal sein. Death in Texas hat viel mit X1. Aber ansonsten spätestens in der Kombination von den beiden ist Ende mit Kreaturen. Kommen wir dann zum eigentlichen Win Condition in dem Deck. Zu einer von 2. Denn die beiden Curses die wir bis jetzt gesehen haben räumen nur Kreaturen ab. Und machen halt irgendwelche Abilities weg. Wir spielen dann noch Cruel Reality. Das ist ein 7 Mana Curse. Auch wieder Enchant Player. Oh Wunder. Und in der Upkeep von dem verzauberten Spieler muss derjenige einen Planeswalker oder eine Kreatur opfern. Wenn der das nicht kann verliert er 5 Leben. So. Bedeutet halt einfach in der Upkeep. Im besten Falle lagen hier die beiden schönen Dinger schon. Hat der vielleicht noch einen Planeswalker liegen? Ja muss er ihn opfern. Danach fängt er sich jede Runde 5 Leben. Äh 5 Schaden. Ähm. Das eine von unseren Win Conditions. Halt in Verbindung mit den beiden halt gerade. Weil dann kann der keine Kreaturen generieren oder Token generieren. Die ihn selber vor dem Effekt schützen. Einziges was klappen könnte wären die Planeswalker zu droppen. Aber so viele spielt man ja in der Regel nicht. Und wenn das dann auch noch nicht reicht. Dann spielen wir einfach noch einen Curse of Fools Wisdom auf dem. Das ist ein 6 Mana Curse. Immer wenn der verzauberte Spieler eine Karte zieht. Verliert der 2 Leben. Und man selber bekommt 2 Leben. Das bedeutet das hier ist auch noch ein guter Life Drain. Gerade gegen so Decks die auch mal Brainstorm oder Ponder brauchen. Der kann selbst gegen Burn gut sein. Weil das sind jede Runde 2 Leben die man kriegt. Und dass er gerade unter einer Trainingssphäre oder unter einer Cellis. Hat Burn nicht unbedingt so den Druck. Ja wir haben dann halt noch Madness dabei. Ich habe das Deck jetzt schon ein paar mal gespielt. Ich glaube Madness war noch nie wirklich relevant. Aber auf jeden Fall auch eine Win Condition. So. Jetzt hatten wir schon ganz ganz viele Enchantments. Jetzt spielen wir aber noch eine. Und die 4 Mana. Layline of the Void. Die. 4 Mana Layline Effekt. Kennt man ja. Wenn man die in der Starthand hat. Kann man die ins Spielfeld bringen. Und Exiled Karten die beim Gegner in den Friedhof gehen würden. Direkt. Die Karte synergiert mit einem Planeswalker. Den wir spielen sehr gut. Beziehungsweise mit der Fähigkeit. Die einer der Planeswalker hat. Viel kann man zu der Layline ja gar nicht sagen. Deswegen komme ich direkt schon mal zu dem Planeswalker. Und oh Wunder. Wir spielen 4 mal Kahn the Great Creator hier drin. Wow. Das war jetzt eine Überraschung. Kahn strukturiert sehr sehr stark das Sideboard um. Weil man kennt ihn. Also viele sollten ihn kennen. Der ist für 4 Mana mit 5 Loyalty. Der Gegner kann die Fähigkeiten von Artefakten die er besitzt nicht mehr benutzen. Plus 1. Nicht Kreaturen Artefakt wird zu einer Kreatur mit Stärkung und Widerstandskraft gleich der Converted Mana kost. Das kann man aber bei sich und beim Gegner machen. Zum Beispiel wie eben schon gesagt. Die Trinisphäre kann halt dann auch mal zu einem 3-3er werden. Man sollte aber dann tunlichst sein lassen wenn man den Trinisphären Effekt unbedingt braucht damit anzugreifen. Weil sobald die getappt ist ist die Trinisphäre nicht mehr aktiv. Also der Effekt nicht mehr aktiv. Man kann aber auch mit ein paar Sideboard Targets damit agieren. So und der Minus ist halt. Man sucht sich ein Artefakt from outside of the game or exile. Und das ist wichtig. Also entweder aus dem Sideboard oder aus dem Exile. Weil wenn der Gegner was mit dem Force of Negation weggeschossen hat. Gerade eine Trinisphäre oder so früh. Die kriegt man wieder. Ja und man nimmt die Karte dann halt einfach auf die Hand. So und so kommen wir mit ganz ganz viel Sideboard Schenanigans. Und der Leyline halt auch von A nach B. Dazu haben wir eben schon gesehen haben wir die Ensign Bridge. Das heißt ich habe schon angekündigt wir haben eine relativ kontrolllastigere Deckliste. Die ich halt lieber spiele. Und da spielen wir dann einfach noch zweimal Liliana the Last Hope. Weil Liliana the Last Hope in Turn 1 mit einem Darkrit rauszukloppen ist halt auch solide. Drei Mana Planeswalker mit drei Loyalty. Für plus eins bekommt bis zu eine Kreatur. Minus zwei minus eins bis zum nächsten Zug. Für minus zwei mit mal die obersten zwei Karten. Und man kann sich eine Kreaturenkarte vom Friedhof auf die Hand nehmen. Und für minus sieben bekommt man ein Emblem. Das besagt in der Endstep bekommt man x2 zwei schwarze Zombies. Wobei x2 plus die Nummer an Zombies ist die man kontrolliert hat. Das heißt man bekommt in der ersten Runde zwei, dann bekommt man vier und so weiter und so weiter. Und gerade wenn man die halt in 1 raushaut, je nachdem welches Deck geteilt ist, schieben die manchmal teilweise schon. Oder man kann die halt einfach mit einer Ensign Bridge beschützen oder mit einer Trinisphäre beschützen. Und die reitet dann halt einem auch noch zum Sieg. Ist halt im Endeffekt dann noch eine dritte Wind Condition, die im Deck drin ist. Neben den ganzen Curses und neben Khan mit dem Sideboard Plan, wo wir jetzt zukommen. So, kommen wir zum Sideboard von dem Ganzen. Sideboard ist, ja ich habe das jetzt mal noch CMC aufgebaut. Man kann es auch anders aufbauen. Macht im Endeffekt nicht viel aus. Fangen wir mal an. Erstes Sideboard Target. Eine Gruft des Geflüsters. Das schwarze Artefaktland. Sieht erstmal total doof aus. Aber mit dem Deck hat man ganz ganz oft den Punkt, dass man den Curse of Miss Fortune auf der Hand hat. Und gerade so die vier Mana zusammen bekommt um den Khan zu spielen. Heißt man kann dann einfach mit einem Minus auf den Khan sich das Mana holen. Um nächste Runde den Curse of Miss Fortune zu droppen. Plus man hat dann im besten Falle auch noch Khan als passive Pressure auf dem Board. Weil der Gegner weiß, ich muss jetzt den Curse handeln. Im Zweifelsfall. Hab aber immer noch das Problem mit dem Khan. Deswegen die Vault of Whispers. Und die habe ich auch schon öfter rausgesucht als mir lieb ist, um ehrlich zu sein. So. Dann haben wir zwar vier Leylines im Mainboard. Aber so ein Tommen-Skript kann man halt immer noch spielen. Tommen-Skript normalen Artefakt. Für Tappen-Opfern entfernt man Target-Player's Graveyard from the Game. Ähm. Ist hier halt besser als ein Cage-Effekt zum Beispiel. Also Craftinger's Cage, der auf eins wäre, weil man ja meistens Chellis auf eins legen will. Und die Tommen-Skript dann halt auch einfach ein Gravestart-Hate ist, den man mit Khan suchen kann. Im besten Fall, wenn nicht gerade eine Trink-Sphäre liegt, für null spielen. Und direkt schon was wie zum Beispiel gegen Reanimator hat, wenn man keinen Leyline-Effekt auf der Hand hatte. Einfach nur als Tutor-Target. Dann haben wir hier noch zweimal die Sphere of Anilation. Die ist für einen schwarzen X ein Artefakt. Die kommt mit X Void-Countern ins Spiel. Und zur Upkeep triggert die und exiled dann alle Kreaturen und Planeswalker mit Mana-Value gleich oder weniger der Void-Countern auf hier drauf. Und alle Kreaturen und Planeswalker-Karten im Graveyard, auf die das auch zutrifft. Das bedeutet nicht nur, dass die das Board cleart und dann auch noch exiled. Nee, die macht auch noch den Friedhof sauber. Das heißt, wenn man die mal so auf zwei oder drei raushaut, kann die schon einiges weghauen. Ist halt einfach nur als zusätzlicher Removal-Zweck. Plus die X halt halt. Das heißt, man legt die für null und so eine Maritlage geht in Limbos. So, zweimal Fear of Anilation. Dann haben wir das gute alte bekannte Liquid Metal Coating. Das können zweimal ein Artefakt tappen. Man nennt es, bekommt zusätzlich zu seinen Typen den Typ Artefakt bis zum Ende des Zuges. Und das ist halt auch eine Interaktion mit Khan. Man legt es, sucht mit dem Khan das Coating raus. Vielleicht legt man es schon ins Feld und kann dann in der Upkeep zum Beispiel beim Gegner ein Land tappen. Also ein Land zum Artefakt machen und der kann den Zug nicht aktivieren. Oder man wartet halt damit, droppt die die Runde danach erst, je nachdem wie es Mana halt auch ist. Und dann kann man halt ein Land zum Artefakt mahnen vom Gegner. Plus den Khan auf das Land. Das Land wird zu einem Nuller, weil ein Land hat CMC 0. Also Mana Value 0. Und ja, damit stirbt das direkt. Ist halt im Endeffekt ein Strip Mine-Kombo mit Khan. Und gerade unter der Training-Sphäre sorgt das halt dafür, dass man den Gegner halt auch einfach mal unter 3 Mana halten kann. Gerade mit den Soul Hands funktioniert das auch gut. Und ja, dann guckt halt ein Gegner auch schon mal ganz schnell in die Röhre. Wenn alles 3 kostet, muss man aber keine 3 Mana zusammen bekommen. Das ist schlecht. So. Gegen Planeswalker, die wir ja mit unseren tollen Curses nicht kriegen. Wir haben auch noch Saucer Spyglise im Sideboard. Als Artefakt, wenn das ins Spielfeld kommt, also als Artefakt für 2 Mana, wenn das ins Spielfeld kommt, gucken wir uns die Hand von einem Gegner an und nennen eine Karte. Und dann können halt aktivierte Fähigkeiten, die keine Mana-Fähigkeiten sind, davon nicht mehr aktiviert werden. Ist halt primär, um Planeswalker abzuschalten oder andere aktivierbare Effekte mitzukriegen. Gibt ja genug auf dieser Welt. Könnte eine Stoneforge sein, könnte eine Aetherweil sein. Was haben wir noch? Wenn es ganz schief läuft, kann es ein Fettschland sein. Bestimmt. Ja, Wastelands, Ports kann man damit ansagen. USA Saga mittlerweile, stimmt, ist das neueste Target dafür. Also es gibt im Endeffekt genug Targets. Der Hauptaugenmerk hierfür ist halt meistens tatsächlich Planeswalker anzusagen. Kommen wir zu einer Karte, die eigentlich viel zu sehr unter dem Radar geflogen ist. Torpower Orb. Für 2 Mana ein Artefakt und Kreaturen, die das Spielfeld betreten, lösen keine Trigger mehr aus. So. Heißt, im besten Fall, spielt man gegen Doomsday, minus den Kahn, holt sich den Torpower raus und versaut dem Doomsday Spieler den Tag. Weil, dass das das Orakel triggert dann nicht mehr. Das heißt, der Doomsday Plan ist für ein Bobbes. Gibt aber auch genug andere Triggered Abilities, die man damit kriegt. Wie zum Beispiel eine Stoneforge holt nichts mehr raus. Der Recruiter of the Guard holt nichts mehr raus. Eine Belfort Strix zieht keine Karten mehr. Das gegen Uru zu boarden, würde ich mir überlegen. Weil der Uru dann halt auch nicht in den Friedhof geht, sondern direkt auf dem Board bleibt und dann halt nächste Runde einfach vorbeischaut. Ja, aber es gibt halt auf jeden Fall auch genug Gründe, das drin zu haben. Und der Hauptgrund ist halt wirklich einfach Doomsday, beziehungsweise alle Decks, die versuchen mit Tassas Orakel als Combo zu gewinnen. Dann haben wir noch als schönstes Target die Ensnailing Bridge. Hier haben wir eben schon zweimal Mainboard. Jetzt haben wir noch einmal Sideboard. Habe ich eben schon erklärt. Einfach nur als zusätzliches Target noch, um die Planeswalker zu beschützen, wenn man sich die Hand leerdammt, damit kann nichts mehr angreifen kann. Ja, ist eigentlich so das Standard-Target. Und, was wir eben noch hatten, gesehen haben, wir hatten Laylines drin. Und deswegen spielen wir einen Helm of Obelians im Sideboard. Ein 4-Mana-Artefakt. Der Text sagt im Endeffekt einfach nur für X und Tappen mit der Gegner entweder bis zu X-Karten oder bis eine Kreatur in den Friedhof geht. Und die Kreatur bekommt man Würde man dann ins Spiel bekommen und der Würde geopfert. So. Wir spielen das Ganze aber dann meistens, wenn ein Layline-Effekt liegt. Das heißt, es berührt nie eine Karte den Friedhof. Das heißt, wir bezahlen einfach 4 Mana, haben hoffentlich noch ein Mana im Pool, tappen den und dann geht das komplette Deck vom Gegner einfach mal in Limbus. Dann sagen wir mal, ich würde gerne meinen Zug beenden und der Gegner kann keine Karte mehr ziehen. Und dann hat man gewonnen. Weiß nicht. Ist halt eine total bescheuerte Kombo, aber in dem Deck kann man es halt einfach spielen, weil man halt die 4 Laylines im Mainboard spielen kann und dann auch einfach spielt. Weil es halt ein opt-out ist. Man kann ihn theoretisch, wenn man 2-mal oder 3-mal hat, auch ein oder 2-mal im Mainboard spielen. Da müsste man dann halt gucken, wo man Platz hat und ob man auf gut Deutsch gesagt auch das Geld investieren will. Billig ist der nicht mehr. So. Und dann haben wir noch als allerletztes Target altbekannt, dass Mikroson flat ist. 6 Mana-Artefakt. Alle permanenten sind zusätzlich Artefakte. Karten, die nicht im Spiel sind, sind colorless. Und jeder Spieler darf Mana ausgeben, als wäre es das Mana beliebiger Farbe. Der Kasus Knackus hierbei ist. Zum einen macht das alles zu Artefakten. Das heißt, beim Gegner funktioniert eigentlich nichts mehr außer Kreaturen, die angreifen können. Er kann keine Länder mehr tapen, um Mana zu bezahlen. Und er kann keine Karten mehr pitchen zu Force oder Force of Negation, Force of Virtua oder so. Weil die Dinger colorless sind. Sobald das im Spielfeld ist. Und das mit dem Mana Spend through it where Mana of any color ist eigentlich nebensächlich. Weil in dem Board-State, wo man die Karte droppt, ist meistens eigentlich Ende. Die Karte kann einen nur in den Arsch beißen, wenn man keine Endzone im Bridge liegen hat. Und der Gegner ein paar Kreaturen liegen hat. Aber dann sollte man da tunlich sein lassen. Weil dann ist das meistens ne verdammt dumme Idee. Dann hätten wir eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Zehn Karn-Targets im Sideboard. Das ist ne Menge. Da haben wir halt nur noch fünf Plätze frei, ne? Ähm, okay dafür muss man halt sagen, dass die Targets hier eigentlich relativ wichtig sind und sehr sehr breit gefächert. Weil Karn halt hier in dem Deck halt ne noch zentralere Rolle spielt als in dem Mono Red Prison. Gut, was nehmen wir dann noch ins Sideboard? Ich hab im Sideboard drei Black Engineer. Warum? Wir hatten im Sideboard sieben Removal plus zwei Lilies. Ah, das ist nicht genug. Und es ist halt einfach wirklich ne gute Karte. Und der kann gerade gegen sowas wie gegen Elfen, Goblins und so weiter kann der echt gut sein. Auch gegen Death in Texas. Also das ist schon ein solides Tier. Plus der ist halt auch einfach mal ein Death Touch Blocker, den man halt zur Not einfach mal reinboarden kann. Wenn man zum Beispiel weiß, dass die Karnschiene madig ist, wobei man die eigentlich selten rausboardet. Aber den haben wir dreimal. Und ich spiel dann noch zweimal Massaker im Sideboard. Das spiel ich im Sideboard, weil mir öfters oder sehr sehr oft Death in Texas rumlaufen haben bei uns. Oder relativ oft weiß generell mal rumläuft. Und normalerweise werden jetzt noch zwei Opposition Agent drin gespielt. Einfach um einen Gegner, der Tutor Deck hat oder generell viele Fettschländer hat, eins reinwürgen zu können, weil man die noch reinflaschen kann für das schwarze Ritual. Dann grad schnell Turn 1, jada jada. Ähm, ich hab's aber nicht. Und ich hab mir überlegt, bei uns in der Meta funktioniert dann der Removal einfach besser. Und ja, dann hab ich einfach zwei Massaker reingenommen. Weil es sind vier Mana, alles kriegt minus zwei, minus zwei. Mich tangiert das überhaupt nicht. Ist in dem Moment dann auch einfacher als ein Toxic D-Ludge, der auch mal viel Leben kosten kann. Da könnte man halt überlegen, ob man da nicht auch einen D-Ludge spielt einfach zweimal. Aber ich hab mir gedacht, packst du nochmal die guten alten Massaker aus. Joa. Wer Gameplay gesehen hat, ich hab das Ding sogar benutzt und sogar erfolgreich. Ich hab damit einen Zwiftspear getötet. Boah. Ne, gut. Ähm, warum sollte man das Deck spielen? Ähm, das Deck ist relativ schnell gebaut, wenn man die Teile von Mono Red Prison eh schon hat. Also die Teile von Mono Red Prison mit Kahn. Ähm, es ist kein großer Aufwand und kein riesengroßer Kostenfaktor bis auf die Urborg. Ich glaub, die waren das teuerste an dem Ganzen. Ähm, ja, wenn man halt nicht spielt im Sideboard einen Helm of Obedience, den bräuchte man zumindest einmal. Aber einmal kann man den dann halt auch immer noch im Mono Red Prison spielen. Ähm, dazu kommt halt, es ist ein, in Anfangszeichen, ein schönes Dödel Deck, hätte ich fast gedacht. Also, es ist ein Deck, das kann man halt mal zusammenbauen, kann mal spielen, man hat einen Abend Spaß da dran. Mir macht's mega Spaß, weil, ähm, ähm, äh, ja, ich hab auch Pox gespielt. Also, das ist eigentlich kein, also, da bin ich kein Mars. Mir macht viel Spaß, was anderen keinen Spaß macht. Ne, aber, ähm, also ich, ich find das Deck sehr schön. Es ist halt mal eine komplett andere Farbe, die man spielen kann. Ähm, mit den schwarzen Ritualen hat man viele andere Versionen und Optionen. Und, ähm, ja, nur mit, wenn man die Soullander hat, hängt man halt meistens nur auf Mono Red Prison fest. Äh, weil er zu Show and Tell oder so meistens doch zu teuer ist. Und das hier ist halt wirklich eine Variante, die jetzt halt auch mehr Play sieht. Die, äh, mal schnell bauen kann, wenn man die Teile eh schon hat. Und dann halt eigentlich auch ein wunderschönes Deck hat. Die Curses, also wenn die Schiene mit den Curses einmal funktioniert hat. Manchmal muss man ein bisschen überlegen, was man raussuchen muss. Das ist kein so wirklicher Selbstläufer. Aber, ähm, da ist halt auch wirklich dieses, hm, ja, easy to learn, hard to master ein bisschen. Also die Grundschritte für das Deck findet man ziemlich schnell raus. Gerade wenn man Prison kennt. Und dann die Feinheiten nachher sind eigentlich so das, wo man sich die letzten Prozente rausholen kann. Ja, und, äh, je nachdem wie die Meta halt aussieht. Wenn man eine Removal Heavy Meta hat. Ja, hier ist Main Deck keine einzige Kreatur drin. Noch nicht mal ein verkackter Affe. Von daher haben die dann schon ziemlich viel Schrott Mainboard. Dazu kommt, dass man vier Curses hat, die man denen um die Ohren hauen kann. Die dann halt einfach vor sich hin arbeiten, wenn sie sie nicht loswerden können. Plus man hat immer noch die Möglichkeit, den Gegner noch einen Kahn um die Ohren zu hauen und über das Lattice zu gewinnen. Oder wenn eine Layline liegt mit dem Kahn einfach einen Helm of Obidians zu suchen. Und selbst wenn der Kahn dann die Runde danach weg ist, hat man immer noch den, äh, den Helm plus die, äh, Layline um zu gewinnen. Also das Deck hat im Endeffekt drei mit der Lily im Mainboard sogar vier verschiedene Wege zu gewinnen. Plus man kann die Curses, zumindest die schwarzen Curses, ja auch einfach so mal droppen und den Gegner damit interrupten. Gerade der, der, äh, sagt man muss eine Kreatur oder einen Planeswalker abfahren, ansonsten kriegt man fünf Schaden. Das hält der meiste Gegner so drei oder vier Runden durch und dann fängt das schon an richtig weh zu tun. Und, ähm, das halt die, äh, das Schöne an dem Deck, was das Deck ausmacht, was halt, wo man halt wirklich sagen kann, wenn man nicht immer nur Mono Red Prison spielen will und man mag den Prison Style, probiert's mal. Es ist nicht teuer und es ist verdammt witzig. Spielen Urheilung Spielen 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 Spielen